Daten sind die kostbarste Ware des 21. Jahrhunderts. Egal ob Unternehmen, Behörde oder öffentliche Stelle, die sichere Entsorgung der Daten hat allerhöchste Priorität. Denn die Datenschutz-Grundverordnung gilt ab Mai 2018 in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die verschärften Haftungsregelungen gelten für Sie und Ihren Dienstleister. Reduzieren Sie Haftungsrisiken und entsorgen Sie Daten zeitnah. Wir von der RENOS Data Office sind Ihr professioneller Partner für die Akten- und Datenträgervernichtung. Wir kommen zu Ihnen und übernehmen die ordnungsgemäße Entsorgung in Sicht- und Zutrittsgeschützten Entsorgungsanlagen. Dank unseres bundesweiten Netzes mit eigenen stationären Anlagen sind wir immer in Ihrer Nähe. Gemeinsam analysieren wir Ihre Datenschutzanforderungen, um mit einem maßgeschneiderten Konzept Ihre möglichen Haftungsrisiken zu minimieren. Wir sind für Sie da. Kontaktieren Sie uns. RENOS 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 RENOS